Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem weiteren Türchen in meinem interaktiven Adventskalender 2019. Heute habe ich mal wieder einen Stift für euch. Entschuldigt bitte. Und dieser, wie sollte es anders sein, steckt ja schon im Namen, ist mir von Writing Turning Flipping zur Verfügung gestellt worden für diese Aktion hier. Danke, Sascha, ganz, ganz lieben Dank, dass du diesen Stift ausgesucht hast, denn der ist doch ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Ja, kurze Vorgeschichte. Die Tactile Turn Glider und Slider Modelle, die haben sich ja vor, wie lange wird das jetzt her sein? Anderthalb Jahre etwa, doch relativ gut auf dem deutschen Markt etabliert. Das ist ein Kugelschreiber Rollerball mit einem Bolt Action Mechanismus, mit einem Repetier Mechanismus, der im Halbkreis läuft. Und den der Gründer und Owner von Tactile Turn, der Will Hodges, sich extra hat für diese Reihe einfallen lassen. Die Philosophie, die hinter den Stiften steckt. Er will also Stifte erschaffen, die man definitiv noch vererben kann. Er hat sämtliches Plastik eliminiert und arbeitet mit höchst präzisen Maschinen. Und ja, das merkt man auch dem Füller, dem letzten Stiftmodell quasi, was der Reihe noch fehlte. Also ein Füller fehlte noch und da hat er sich den Gist einfallen lassen. Das merkt man diesem Stift auch an, die Präzision, die Detailverliebtheit, die in diesen Stift geflossen ist. Wie das nicht anders sein kann, ist das natürlich kein günstiger Stift. Also wir befinden uns da im niedrigen dreistelligen Bereich. Natürlich könnt ihr jetzt wieder für 24 Stunden den 10% Rabattgutschein an die 1878 anwenden und spart dann 10% auf diesen Stift. Und ganz ehrlich, wer auf der Suche ist nach einem Füller, nach einem langlebigen Füller, vielleicht einem Schreibgerät, das nicht der Norm entspricht, also nicht den 100. Pelikan oder 100. Lami-Füller. Ja, für den könnte das tatsächlich was sein. Was als erstes auffällt, das Messing mit dem schwarzen Clip ergibt eine ganz, 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 ganz coole Optik. Das gefällt mir sehr gut. Was als zweites auffällt, das ist die ganz feine Rillenstruktur. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Kamera das richtig einfangen kann, die dieser Stift mit sich bringt. Also das zeigt schon, dass die Maschinen, auf denen die Teile gefertigt werden, wirklich höchster Güte sein müssen. Denn das ist wirklich feinste Präzision. Hat auch noch den Vorteil, dass kleinere Kratzer von dieser Struktur auf jeden Fall geschluckt werden. Sascha bietet auf seiner Homepage massiv viele Informationen zu Will und zu seinen Produkten, zu den Stiften. Deswegen bei Interesse schaut auf jeden Fall mal auf die Seite. Ihr lernt eine ganze Menge. Unter anderem auch, dass Will so detailversessen ist, dass er bei den Stiften, um eine ausgewogene Balance zu gewährleisten, teilweise dann sogar die Materialstärke variiert. Das heißt, die Materialstärke hin zum Schwerpunkt, zum Mittelpunkt des Stiftes, ist dann eventuell etwas höher als an den äußeren Punkten. Was dann dazu führt, dass ihr länger und ermüdungsfrei mit diesem Stift schreiben könnt. Der Stift, also der Füller, kommt in diesem Fall mit einer Feder von Bock. Ich glaube, das ist die 250er. Schaut auf jeden Fall auch da mal in die Details, denn ihr habt echt massiv, massiv viele Optionen, was die Feder angeht. Und sind wir doch mal ehrlich, die ist nun mal das Herzstück eines jeden Füllers. Ich persönlich schreibe am liebsten mit Breit oder sogar extra Breit. Das ist jetzt keine musikalische Anspielung. Ja, und die Bockfedern machen einen wirklich ganz, ganz, ganz hervorragenden Eindruck. Und ganz ehrlich, wenn der Sascha, ich glaube sogar ausnahmslos, auf die Federn von Bock vertraut, dann könnt ihr das auch. Ansonsten, was noch zu sagen bleibt, das Gewinde ist wunderbar geschnitten. Das geht absolut ohne Knarzen, ohne irgendwelche unschönen Geräusche von sich öffnet und schließt. Ganz, 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 ganz wunderbar. Beim Herausziehen geht es an der Stelle hier nochmal über einen winzig kleinen Widerstand. Da merkt ihr dann wirklich, dass hier auf den Hundertstel Millimeter gearbeitet wurde. Also das passt alles absolut, absolut perfekt ineinander, ohne irgendwelches Spiel. Ja, der Tactile Turnage ist ein wirklich, wirklich schöner Füller. Natürlich bekommt das Messing im Laufe der Zeit noch eine Patina. Darüber muss sich jeder bewusst sein. Die könnt ihr wieder rauspolieren, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt da verschiedene Methoden. Ihr bekommt Messing sogar mit dem Radiergummi wieder, ganz hervorragend glänzend. Also mit einem schönen, weichen Radiergummi, wenn ihr glatte Messingflächen habt. Ansonsten, ich bin ja der Meinung, lasst das Material einfach leben. Wenn das eine Patina entwickelt. Erstens wird es dann exakt euer Stift und nicht nur irgendein Stift. Ja, und es sieht auch noch richtig, richtig toll aus, wenn diese Messingteile dann irgendwann mal, ja, diese antike Optik bekommen. Also ich finde das ganz großartig. In diesem Sinne, nutzt den Rabattcode, falls ihr Interesse an einem schönen Füller habt. Der Tactile Turnage ist mit 10% Rabatt 24 Stunden ab Veröffentlichung dieses Videos. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.